Herzlich willkommen bei den Drückglückmasters 2019 und hier vorne ist das Objekt der Begierde 5000 Euro. Das ist die Summe, die erspielt werden soll in den 8 Challenges und Dieter Schmiedl ist da, der Vorstand des Fördervereins für Palliativmedizin vom UKSH. Und Dieter mal ein Wort zu der Summe, 5000 Euro, damit kann man schon eine ganze Menge machen. Absolut der Wahnsinn, wenn ich an Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten, Betreuung, Psychologie für die betroffenen Familien und die betroffenen Patienten, ist das schon irre. Tim Joost von Holstein, du hast das Ganze auch ein bisschen mit initiiert, sag ich mal. Eine tolle Kombination vor allen Dingen auch, Sport und Medizin? Definitiv, also wenn wir was von Holstein für einen guten Zweck auch noch tun können mit unseren Partnern, dann sind wir natürlich gerne dabei. Und Wolle Schwenke als Geschäftsführer bist natürlich auch dabei, ist klar UKSH, da hast du ja auch oft genug drin gelegen in deiner Sportler-Profi-Karriere und zusammengeflickt worden, sagen wir mehr oder weniger jetzt spielst du um guten Zweck oder viel mehr deine Jungs, war für dich auch gar kein Thema eigentlich, ne? Ja, war großartig, finde ich ja, dass wir Partner finden, die sowas auch mit unterstützen und da wir ja Schmiedl auch schon eine ganze Zeit kennen, finde ich auch toll, dass es so wieder zusammengeführt wird und das ist eben Holstein. Am Ende des Talks lasse ich ja immer keinen raus, ohne ein Ergebnis abzugeben. Jetzt führt Team Blau gegenüber Team Weiß mit 5 zu 3. Dieter, wer holt das Ding dann nach Hause? Wer übergibt am Ende den Check? Team Blau oder Team Weiß? Ja, ich hoffe Team Weiß. Das wollen wir mal gucken, das sehen wir dann auch beim Finale. Also das ist hier jetzt der Check, 5000 Euro für den Förderverein für Palliativmedizin am UKSH. Wir sagen vielen Dank, drück Glück Masters 2019, vielleicht auch wieder im das sehen wir uns beim nächsten Mal.